Das ist Petra Eichlingers Taschenrechner. Das ist Petra Eichlingers Arbeitsplatz. Das sind die Krapfen, die Petra Eichlinger für uns vorbereitet hat. Danke Petra! Das ist Petra Eichlinger, die Referatsleiterin für allgemeinen Baudienst und Ortsbildpflege. Petra Eichlinger trägt gerne viele schöne Ringe. Und? Unter anderem hat sie zwei Aufgabenbereiche, Gutachten und Beratung. In ihrem Gutachten entscheidet Petra Eichlinger über die Ortsbildverträglichkeit. Petra Eichlinger hat über 60 Baumeisterarchitekten und Landschaftsarchitekten an ihrer Seite. Gemeinsam mit ihnen steht Petra Eichlinger Niederösterreichs Häuslbauern und Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite. Architekten tragen grundsätzlich schwarz. Ich muss sagen, ich habe auch viel schwarze Garderobe. Nur heute nicht. Am liebsten trinkt Petra Eichlinger niederösterreichisches Wasser. Aus ihrem Teppisch-Modbecher. Petra Eichlinger sagt immer, die Königsdisziplin der Architektur ist das Neue mit dem Alten harmonisch zu verbinden. Petra Eichlinger hat drei Katzen und neun Kaninchen. Architektonisch ist das Gehege ein Meisterwerk. Da jetzt so über Architektur zur Philosophie ist sehr abstrakt. Einmal im Jahr übergibt Petra Eichlinger die goldene Kelle. Sie ist Jurorin beim Miederösterreichischen Baupreis und beim Miederösterreichischen Holzbaupreis. Außerdem organisiert sie Architekturspaziergänge durch Ortschaften. Und dann ist sie noch die Chefredakteurin des Magazins Niederösterreich gestalten. Dieses Buch über Architektur liegt in Petra Eichlingers Büro. Dieses auch. Und das auch. Und die alle auch. Wir lassen Petra Eichlinger jetzt weitergestalten. Tschüss Petra. Tschüss Petra Eichlinger. Tschüss Petra Eiche. Untertitelung des ZDF, 2020